Frauen bekommen oft weniger Renten über als Männer. Das heisst, sie müssen aktiv ihre Vorsorge investieren. Das können sie dadurch machen, dass sie mehr arbeiten oder sie individuell vorsorgen. So oder so, je früher sie anfangen, desto erfolgreicher und desto kleiner ist schlussendlich auch die Lücke, die zwischen Mann und Frau bei der Pensionierung aufklafft. Eine einfache und unkomplizierte Art ist die Säule 3a. Dort kann man, ähnlich wie ein langfristig angelegtes Bankkonto, jährlich einen Betrag einzahlen. Das Interessante an der dritten Säule ist, dass man den Betrag, den man einzahlt, von den Steuern in Abzug bringen kann. Das heisst, man hat steueroptimiert zu sparen. Ob man dann jedes Jahr den Maximalbeitrag tatsächlich ausnutzen kann, das kann man jedes Jahr wieder neu entscheiden. Eine weitere spannende Möglichkeit sind freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse. Dort kann man, genau wie bei der dritten Säule auch, den Betrag, den man einzahlt, vom steuerbaren Einkommen in Abzug bringen. Der Unterschied zwischen der dritten Säule und der Pensionskasse ist allerdings, dass man bei der Pensionskasse darauf achten muss, ob auch ein ausreichendes Einkaufspotenzial vorhanden ist. Neben den klassischen Vorsorgemöglichkeiten kann man natürlich auch einfach sparen. Das heisst, man schaut, was bleibt Ende Monat, Ende Jahr übrig und legt das auf ein Bankkonto oder tut es langfristig investieren. Beim Investieren sehen wir einen wesentlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen sind nämlich oftmals sicherheitsorientierter als Männer. Das heisst, sie wählen eine vorsichtigere Anlagestrategie und verzichten automatisch auf einen Teil der Rendite. Wenn man das nach über 20, 30 oder sogar 40 Jahre anschaut, dann hat der sogenannte Zinseszinseffekt eine erhebliche Auswirkung auf das Vorsorgeguthaben bei der Pensionierung. Umso wichtiger ist es, dass man die passende Anlagestrategie herleitet. Wir unterstützen Sie dabei dabei. Kommen Sie auf uns zu und wir vereinbaren ein kostenloses Erstgespräch. Das ist nicht樣gest wherezu. In H Workshop